Aber danach geht es wieder los. Dann geht die Party wieder los, sagst du? Ja, wirklich. Bruder, ich habe eine neue Heli-Farbe, Bruder. Guck mal an jetzt. Wo bist du denn, mein Freund? Erst mal 30mm in die Fresse. Guck mal die Farbe. Guck mal. Guck mal. Wir sehen. Nein, weil er so braun ist jetzt. Ist er schwarz? Nein, er ist braun. Oh, er ist braun. Ja? Ich dachte wegen dem Sand ist er so braun. Nein, nein, er ist braun-gold so. Ja, ja, er hat sich jetzt in den Sand schwarz verspächt. Genau. Na, geil. Die Scheiben sind auch so gold getönt, hast du gesehen? Das ist schon geil, Alter. Ich dachte wirklich nicht so, sonst ist es. Heftig. Ähm, Bravo 1 sind die schon. Was ist das, der Racing-Mix? Bravo, nein, vielleicht sogar im Panzer, gut? Da muss aber auch Infanterie sein, oder? Okay, Heli gleich vor uns. Objekt ist secure. Nein, doch nicht. Der ist noch zu weit. Kommt der? Der will uns von oben an. Okay, komm, let's go. Ja. Unser Jet. Greift ihn an. Jawoll. Er hat keine Flares. Er haut ab. Wird getroffen. Nix ab, oder? Euer frei. B1. Ich sehe nichts. Das ist schon A1, Bro. Ja, das ist mit dem Auto eingenommen. Guck mal, Fahrzeug. Genau. Der denkt, der ist Vin Diesel, oder was? Ja, wirklich. Der ist aufgeschwungen. Fast and Furious, oder? Ja, ja. Der hat nicht so viele Filme geguckt, Bro. Ja, ganz, ganz um uns. Ja, und Panzer kommt auch, also. Oh mein Gott. Aber die ganze ist perfekter. Ah, ich bin heiß. Da muss ich echt mit der ganze aufpassen. Mhm. Okay, wie viel so? Der ist kaputt? Ja. Aufstieg erzogen. Aber ich habe keine Punkte, gar nichts. Drei Helis. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Attacke Heli? Ja, da. Wacht jemand. Er ist doch nicht zu uns. Er will uns in Kilscheid. Wo ist der andere Heli? Warte, der Kran ist einer. Andere Heli weiss ich nicht. Oh, 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 oh. Ich hätte lieber runtergekommen. Wie war eigentlich schon Fahrzeug? Auf dem Stadion ist einer, glaube ich. Nee, der ist tot. Nee, der ist gleiche. A1? Das Panzer. Und da rechts ist auch ein Panzer. Oh, shit. Dann rechts. Den rechts. Den rechts. Und da rein. Da rein. Da kann er sich verstecken. Nein. Nächster Panzer. Kommst du ran? Ah, da fährt der doch. Ja, ja. Ja. Der Hurensohn. Sauber. Dankeschön. Nächster. Nächster Panzer. Ja. Der wird jetzt von beiden, von drei Seiten. Der ist jetzt mit der A1. Der ist mehr anders ausgestiegen. Aber sicher nicht. Aber sicher nicht. Er brennt. Abgesprungen. Er liegt hier? Jawohl. Den anderen, der abgesprungen ist, habe ich auch gut. Sehr gut. Ah, jetzt wird eingenommen. Kommt der zu uns? Der Jet? Nein, 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 nein. Ah, eins Deckung geben, Bro. Eli kommt aber. Ey, 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 ey. Von rechts. Ganz oben. Oh, ich sehe. Hast du ihn aufgetroffen? Ja, hab ihn auch. Jawohl. So geht das mal. Wir haben nur noch D1 und dann haben wir bis auf D1 alles eingelaufen. Ja, Mann. Aber C1 sind halt verkehrt. Kurz, unser Heli-Helfen, der kämpft gegen den... Ah, egal. Scheiße. Ähm, nächste Haltestelle, Charlie 1, Bro. Da rechts ist ein, was ist das? Panzer? Rechts? Okay, ja. Aber noch zu weit. Mach du mal hier Charlie 1 selber. Wenn schon Kasper droht, dann ist es doch gut. Krieg näher ran. Eli kommt, Bro. Nein, doch, ist nicht alles gut. Mach weiter. Das ist gar nichts. Gar nichts. Eli, rechts unten. Ja, da geht's. Ja, ja. Ist er stehen geblieben? Wo ist er? Okay. Der hat sich da verheddert. Charlie 1 Infanterie. Schwierig, ja? Ja, ein bisschen. Sehe ich, was er sagt. Warte. Und wo kommt das? Auch von Charlie 1. Jet. Da rechts von uns ist ein Registrier. Ja. Er dreht. Ein unterwegs. Ja, man geht drauf. Ab ihn. Uh, so weit weg, ne? Ja. Diese Abwehrsystem funktioniert nicht bei Jets. Attacke hier bei Bravo 1. Der Tornado muss immer hier kommen, ne? Ja. Ich glaube er auch. Ja. Bravo 1 ist voll, Bro. Also da war einer. Da sind Schüsse. Bei Bravo 1 in der Nähe. Da ist ein Fahrzeug. Ja. Ich weiß nicht, Bro. Keine Ahnung, Elka. I don't know. Bravo 1 verlieren wir. Ja. Ja, aber... Ich habe doch keine Hitmache. Ah, da. Panzer. Panzer oder was? Ja. Okay. Der hat bestimmt noch reingenommen. Der links. Infanterie sehe ich unten. Ja. Fahrzeug links. Sorry, Bro. Nein, der haut ab. Mach weiter. Ja. Edi kommt auf uns. Über Bravo 1 ist der gerade. Ja. Ja. Das ist ein Todesurteil. Feuer frei. Ignoriert uns. Relativ. Geiler, geiler Typ. Bei A1 links. Fahrzeug. Mit Tisch. Rechts kommt Infanterie, Bro. Rechts am Fahrzeug. Zwei jetzt. Drei. Einer ist nicht im Gebüsch oder so. Da ist voll, Bruder. Da unten ist voll. Da unten ist voll. Räumen wir mal auf, oder? Wieder ein Staubsauger-Fliegeschild. Oh. Okay. Das war knapp. Nice try. Boah. Wie viele. Oh, diese drei Millimeter sind Müll, ja. Ja. Oh, der Jet brennt. Kurz runter. Raus, raus. Ja. Ja. Okay. Du bist auf. Zu anstrengend. A1, Bruder. A1, besser. Zwei Jets haben die, krass. Oh nein. Jet kommt. Nein. Nein. Okay, jetzt geht's. Er ist tot. Nein, doch nicht, oder? Doch. Er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Er ist ein Arschloch. Und, 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 und. Nein. Er hat es geschafft. Locker. Er kommt wieder. Oder auch nicht. Er will von oben kommen. Ja. Und, tschüss. Nächstes Mal lieber doppelt überlegen, Bruder. Alpha 1, Bruder. Wir nehmen ein. Unterstützung. Da, bitte. Das ist da, ne? Da, so voll. Alpha Sektor hat been seized, Michael Stiles. Stadionseite, Bro. Stadionseite, Bro. Ja. Wir werden blocker an der Wand, dass es sich heisst. Ja, ja. Du siehst so schön sogar. Ich hätte so ein Etc noch viel besser. Ein Affenstadion ist einer. Tod, glaub ich. Ja. Warum mir diesen 3mm zu aimen, ist so komisch. Was sehen wir denn? Genau. Weißt du was, Bro? Die wollen jetzt eh alle zur A1. Ich bleib hier stehen einfach. Weißt du Bescheid, oder? Kommen wir jetzt alle vom Stadion raus. Oder auch nicht? Oh ja, das dauert doch fast. Ja. Die sind doch schon da vor der Tür. Willst du mal reingucken, Bro? Du willst, wenn es nicht gefährlich ist. No risk, no fun. Wo hast du dich versteckt? Hast du ihn gesehen? Ja, ja, da links. Ja. 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 Ich bin Feuer frei. Sauber. Ja. Von wo? Über uns. Ach so, Heli. Okay. Kämpf. Ja. Ja, das ist geil da, ja. Da doch. Ja. 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 Ja, Mann. Der kommt bis hierhin um zu sterben, Bruder. Um zu sterben, Bro? Ja. Er wartet zwei Minuten auf Heli und kommt hierhin um zu sterben. Da sind insgesamt drei Minuten, die der Fisch wendete. Ich soll er verlieren? Nein, nein. Guck mal rein. Ja. Was willst du? Flüchtling, Alter. Welchen Jet ist das? Unser. Unserer. Unserer. É nix. W-s-was ist das hier? Wir kommen nicht zu A1, ne? Ok. Solang wir da sind, haben die Angst. B1. Eh, Lil Bird kommt auf uns. Doch nicht. doch doch der kommt der kommt er kommt zum sterben braun gute macht b1 ok heli kommt glaube ich nein wie eins weiter hier auf der wüste diese fahrzeug da hinten der lockt uns dahin ich hab keinen bock bin ich dumm ja 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 jetzt attack ele wieder der gleiche oder in deine fresse voll der typ ja was er hat mir schon sogar angerufen da als stadion was für ein vogel ja und von stadion rechts mal noch mal hoch es ist fast das da keine chance sind ja wie die ratten die verstecken sich das scheiße das ist A1 B1 A1 ist auch nichts los da unten genau ok ich bin weg ich hoffe die kommen mal jetzt raus vom stadion ja ja Heli kommt ja ok der kommt der kommt der will ja der schießt er versucht uns zu treffen er versucht uns zu treffen du schick schien du musst weiter oben treffen so macht man das ja das richtig sauber er hat keine ahnung wie er schießen muss da komm noch ein paar hits und dann haben wir es er hat keine flares aber der kommt trotzdem bruder ehrenmann 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 noch ein hit in der nähe oh oh jet komm Jan komm Jan ich treffe ihn auch ja hab ihn wauw ich schüttere gerade die bremste A1 ist schon einer da war einer das war's ja ja leg dich hin es bringt sich mehr Fahrzeug habe ich das sind Heli das sind Heli das sind Heli ja Heli du ihm oben 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 der Heli ist weg Perfekt ok aber wir verlieren A3 Bro sie sind markiert die Ziele ja das sind drin ok also einer ist draußen na da draußen fantasieren sie ja weniger ich mal da rein hier am Kran unter dem Kran schon da ist noch einer 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 der kommt raus sehr großer Fehler hat überlebt der Wichser wer der da drin da ist noch einer wie spawnen die da schieß einfach rein in die Türen Bruder da oben also da ist auch da oben jawohl ich hab da am Sand drei Leute weg geholt so rechts ja oh links auch wir verlieren A1 oh raketen wir einfach von rechts wo du eben geschossen hast ok ich bin weg wir haben A1 verloren Heli komm er brennt schon raus jawohl ja A1 oh der war knapp hast du ihn? ja wer ist noch einer? wer ist noch einer? Krieg warte A1 ist voll, anscheinend. Er macht das gut, ja. Das ist unser Fahrzeug hier unter uns. Nein, Feuer frei. Wie alt, was machst du da? Im Stadion sind welche markiert? Er ist tot. Okay, wieder A1. Wobei, für 4-1 ist es die Idee. Ich weiß nicht. Das war's, oder was? Schade. Ich weiß, wo welche sind. Nimm den schnell. Komm mit. Komm mit. Du musst sowieso mit. Hier. Zwei Mann. Was machen die da? Campen. Hast du? Ja, Mann. Oh, der hat was bestellt. Wir sind extra hingegangen und was bestellt. Oh. Raumschiff auf Bravo 1. Feuer frei. Hier auf Silbertablett, Bro. Hast du zerstört? Nein, ja, oh ja. Perfekt. Da muss einer drehen. Jet an uns vorbei. B1 ist noch voll. B1 ist noch voll. Ja, ja, ich bin schon dabei. Mach weiter. Heli vor uns. Warum macht ihr das? Warum seid ihr so dumm, ja? Warum, wenn ihr den Heli nimmst, fliegt ihr einfach geradeaus? Warum? Warum? Abgeschwungen, Bro. Unter uns. Nein. 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 Hast du? Ja, nein, noch nicht. Okay. Da muss noch einer sein. Unter der Brücke, glaube ich. Egal, scheiß auf. Ich gucke mal noch mal ins Stadion rein. Links unten. Bro. Ja, ja. Ja, ja. Das war's, ne? Das ist unser Hektier. Das war's, ne? Das war's. Ja. Ja. Ja, da ist rechts ein Panzer, du weißt du so. Ja. Ja. Die hat unseren Kollegen... Ja. 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 Er hat einen Kollegen von uns. Hm. Ja. Das Fahrzeug lebt noch. Wo ist das Fahrzeug? Da. Nein, er ist tot. Nein, das Fahrzeug ist nicht gegnerisch. Ach, das meinst du? Ja, das ist ein kleines Fahrzeug. Okay. Jed kommt von links. Was hat der denn gemacht? Okay, wir gehen auf das Fahrzeug, Bro. Okay. Erst mal unter der Brücke ist einer markiert, der kommt raus. Hier. Das ist weg. Ah, das ist ein Anti-Air, Bro. Das ist ein Panzer, Bro, gegen Luft. Der hat extra solche Lenkraketen. Ja, 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 Wärmesuchraketen, alles am Start. Da kommt ein Heli, ich glaube der kommt auf uns, Bro. Gesehen? Nein, der dreht weg. So nah lasst. Dieser Panzer ist extra zu uns gekommen jetzt. Hast du gesehen? Nein. Was machen wir denn? Greif wir den an? Wie du willst. Ich habe keine Raketen, deswegen. Oh nein. Du musst erster sein. Sechster. Hä? 71. Sechster. Neunter. Neunter. Uh, der JPS ist explodiert. Wir sind nicht gestorben, Bruder. Aber du bist aufgelistet, ey. Was nix? Tja. Tja. Du hast 39 Piloten Assists, ich hab 39. Hast du vier Kills? Hast du vier Kills, ja. Alle deine Kills sind meine Assists. Wer merkt dir das? Ja. Ist so. Extrem. Ja.